Hallo, Hakan. Hallo, meinst du? Arthur. Was soll ich sagen? Du hast gesagt, ich soll heute vorbeikommen. Ja, aber nicht 12 Uhr. Ich sagte 15 Uhr. Ach so. Ja, komm. Ich wache. Telefon und dann... Ja, ich muss kurz telefonieren. Sorry, ich musste telefonieren. Sorry, hm? Ich muss kurz sagen. Respekt geben, ich bin Respekt zurück. Wenn nicht, ich bin große Scheidegemann. Du hast nur telefoniert. Atenistus! Ja, ich kann so nicht arbeiten. Verpistisch. Valla. Tamam, ich komme, ja. Ich dachte, du kommst nicht, aber... Ja, was machen wir denn heute jetzt nochmal? Ja, Atenistus. Ich bin neue Zentrale. Parteizentrale. Ich bin Versprechung gemacht. Hakan Dündük, Zürichkommst der Politik. Ja. Jetzt bin ich neuer Sponsor. Für mich gemacht. Parteizentrale. Ich zeige. Das große, Berlin, der Willy Brandhaus, meine auch gleiche. 800 Quadratmeter. Ja. Okay. Wo sind wir hier gerade? Äh... Kuda. Da vorne ist der Gucci. Hinter der drüben ist der Gucci. Lone ist der Beton. Vorne. Beton? Lone und Beton. Kennen Sie nicht, ja? Ne. Ja, ich weiß. Und Uge... Uge was? Uge? Uge. 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 Aufmerksamkeit. Letzte Woche fünf Leute. Ich bin weggekommen. Altkleidersammlung reingeschwiesen. Ausdruck was Lein. Mein Name steht. Ja. Das ist gut. Wie lange bist du eigentlich schon in Deutschland? Äh... Ich bin das Land Berlin. Ich bin 1962. Deutschlands. Jetzt 2012. 50 Jahre. 55 Jahre. Hast du mal einen Sprachkurs gemacht auf Deutsch? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Achtung, gut klein. Schlag! Welcher Kurs? Deutschkurs. Ich brauche nicht das Deutsch. Ich bin das Deutsch sprechen. Oder Deutsch. Ochdeutsch. Sagen Ochdeutsch. Hochdeutsch, meinst du? Ochdeutsch. Hochdeutsch? Die Worte kommen von Ochdeutsch. Was machen Ochdeutsch? Ochdeutsch. Echt? Okay. Na dann. Das ist meine neue Partei Zentrum. Hier zum Beispiel Resort. Resort. Wenn zum Beispiel Präsident Donald Trump kommt. Und dann Sarkozy. Wer? Sarkozy. Französische Präsident. Sarkozy. Ja, okay. Osama Bin Laden. Ja, ist nicht Präsident. Oder? Nee, nicht Präsident. Egal. Wenn Präsident kommt, spielst du Resort. Chili Clunch. Versteht? Chili Clunch. Ja, ungefähr. Ja. Hier können sie zum Beispiel sitzen. Das ist egal. Komm. Das ist der Zwei Olivenbaum. Norm nicht fertig. Zwei Olivenbaum. 100% Natur. Türkische Oliven. Ich bin selber Zwiegung gemacht. Das ist der Dattel. 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 Aber schade. Nicht Gießung gemacht. Ach so. Egal. Und hier zum Beispiel. Wenn hart hart. Oder ich bin zum Beispiel Boykottierung gemacht. Meine Boykott. Ähm. Nicht Insolvenz. Wie heißt denn da? Ateninius. Wenn zum Beispiel Stadt gibt Sanzion. 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 Ich kann meine Deutschland Ernährung machen mit Oliven. Also willst du Olivenbäume pflanzen? Nur zwei Stück reicht. Zwei? Natürlich. Pro Tag dieser fünf Kilo kommt. Zum Beispiel Olivenliter. Zwölf Euro. Ich mache Rechnung. Fünf. Fünf. Zwei. Verkaufung machen. Schwarzmarkt. Und dann Sanzion. Gemacht. Wie viele Einwohner Deutschland macht? Äh. 15.000 Deutschland. Idiot. 15.000 Menschen. Ich muss eine Ernährung gemacht. Idiot. Das meine Geschirr. Olme Müller. Los geht es dazu. Los geht es. Mit der Liste nicht. Los geht es dazu. Bisを. Los geht es. Los geht es. Los geht es dazu. Los geht es bitte. Los geht es dazu. Los geht es dazu. Liebe deutscher Volk, wie Sie gesehen haben, schon wieder die Leute versuchen meine Bekämpfung Germanen. Aber ich gebe dich auch. Für Deutschland. Hakan Dündük. So, dann ein Neuanfang Germanen. Sie wollen mich wegbekommen. Ich gehe nicht weg lernen. Ich bin Deutschland sterben Germanen. Das ist meine neue Parteizentrale. Dieser Tisch weg. Diese Oliven, ich mache das dann zwei Stück da. Hier, ich mache das Schreibtisch. Sie können arbeiten. Oder Sie können so bleiben. Authentisch. Authentisch für Deutschland. Verstehe? Hakan, und wie sehen jetzt deine nächsten Schritte aus? Nächster Schritt, Parteikollegen gemacht. Ich bin auch der Mitarbeiter. Parteikollegen. Ich bin Kastinke, Matthias Kastin. Partnerfindung machen. Koalisation. Kolonisation. Zusammen. Zum Beispiel SPD und CDU. Zusammen. Koalisation. Zusammen. Koalisation machen. Und dann der Job anfangen. Ich musste auch krempeln. Deutschlandabpackung machen. Ich bin zum Beispiel meine Facebook. Deutschland. Jetzt ich muss Plakat machen. Ganze Deutschland. Plakat. 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 Wie viel kosten zum Beispiel? Ja, wie viele denn? Deutschland 15.000 Einwohner. 3.000 Stück. 3.000 Stück sind ungefähr 10.000 Euro sehe ich hier online. 10.000 Euro? Ja. Oder Lira? Euro? Euro. 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 Und 200 Stück? 600 Euro. Hallo über Deutschland. Mein Name ist Hakan Dündük. Zusammen Deutschland politik gemacht. Deutschland feindlich. Deutschland muss starker Land bleiben. Das meine Name ist. Ich brauche Sponsornostation. Sponsors. Geld. Para. preserviert wird. Ich weiß nicht, wie deine e-mail heißt. Hakan Dündük et Öl, Punkt komm, Öl, ihr, Öl, ich schreibe mich mal. Und wenn sie Geld, später Politik, sie haben sie da Freifahrtschein. Sie können egal machen, Steuern sie müssen nicht bezahlen, Steuersatz, deine 1% runtergeben. Tamam, zusammen Deutschland wieder groß und stark machen. Du willst, wenn dir jetzt jemand Geld gibt, willst du ihm später Steuererleichterungen? Aber normal, dieser Mensch meine Hilfung gemacht. Einen Antwäschung machen andere, richtig? Was ist illegal? Ja, was ist illegal? Ich mache mein Gesetz illegaler Söhr, Junge. Alles erlauben, Junge. Guten Tag, heute erste Bewerberin kommt. Guten Tag, Deine Job genau was machen soll? Gut, gut gesagt. Andere Frage, Deine Papiere alle fertig oder falsche Papiere? Falsch. Ach gut, falsche Papiere immer gut. Gut. Aha, Deinen Namen, ich habe Deinen Namen nicht gefragt. Mustafa. Mustafa, wie alt? Eee, was? Wie alt, Deine Alter? Eee, Deine Alter? Gut, erste erste Bewerberin kommt, Mustafa. Mustafa, 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 Salam. Mustafa, morgen früh, acht Uhr, Sie müssen kommen. Meine Pfandfläche wegbringen, Büro kommen, zusammen müssen wir sprechen kommen. Tamam? Und ab und zu Mustafa Massage auf, verstehen? Können Sie massagen, ja? Eine Massage machen bitte. Sorry. Mustafa gut, Wallah. Aha. Aha, aber langsam, Mustafa, Mustafa. Allah, Mustafa. Mustafa. Mustafa, ich bin... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin dir. Haka Mümdüm. Haka Mümdüm. Haka Mümdüm. Haka Mümdüm. Haka Mümdüm. Bis zum nächsten Mal.